Hallo, liebe Deutschlernende! Wir sagen in Deutschland April, April, der weiß nicht, was er will. Und zwar ist damit gemeint, dass das Wetter sehr verschieden ist. Jetzt scheint die Sonne und es ist sehr schön hier, sehr schön, da die Sonne scheint und es ist alles sehr hell. Aber es ist auch ein bisschen windig, ab und zu. Jetzt gerade nicht, aber manchmal ist es windig. Hör mal, die Vögel zwitschern. Wow, einfach herrlich. Aber vor ein paar Minuten schien die Sonne nicht. Vor ein paar Minuten war noch nicht so ein strahlender Sonnenschein wie jetzt. Und deswegen sagen wir April, April, der weiß nicht, was er will. Das Wetter ändert sich schnell von einem Tag zum anderen und manchmal auch von einer Stunde zur anderen. Heute hat es auch ein bisschen geregnet. Es hat ein bisschen geregnet und jetzt ist die Sonne draußen. Ja, so ändert sich das Wetter. Aber jetzt ist es wie gesagt sehr schön und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen teilhaben an diesem schönen Wetter. Und ich hoffe, bei dir ist das Wetter auch gerade sehr schön. Und ja, viel Spaß weiterhin beim Deutschlernen. Tschüss!